Boah, was ist das für ne... Ich bin übrigens ja Single für die Ladies da draußen Das, ach ja, ich zeig's ja auch schon an, ne? Natürlich! Ich bin auch Single für die Ladies da draußen Ist ja Aufgabe Oh, warte mal, kannst du doch mal wiederholen Keine Rouladen mehr Keine Rouladen mehr Tobi hat sich geräuscht, weil er lebt noch, er ist der Traitor Okay, ich bin jetzt hier vor dem Raum, ich hab Angst, dass jetzt hier Ich hab keine Ahnung, wo der Raum ist Ist der Traitor also in dem... Hä? Was denn? Das war was so komisch zu blieben Hä? Okay, ich klinge ein bisschen verunsichert Höh! Okay, das war ich, das war ich Ich dachte, einer von denen wäre vielleicht ein Fass Das ist... Warum ist das denn so? Ich wollte sagen... Okay, einer ist top Okay, ich zu viel Leiche, ich zu viel Leiche von einem von den beiden Die waren gerade noch da hinten in diesem... in diesem Räumchen, äh... Okay, ich geh jetzt mal dahin Guck ab... Ich bin das Ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskomme Ich wollte gerade ganz langsam mich in Sicherheit bringen Es ist der Curry Ja klar Hier hängt einer und es ist... Ich bin hier in dem Raum Ich bin hier in dem Raum Und ich habe Tobi gefunden, es ist Curry Oh Gott, scheiße, ich hab... Oh Gott, ich musste aus dem Raum raus Ah! Okay, passt auf, da bevor du bist Das ist der Traitor Raum Und der Tobi hängt da tot Angehangen Ja, jetzt ist das hier schwierig, ne? Was machen wir jetzt? Ich versuche mit diesem Jump irgendwie rüber zu kommen, das geht nicht Curry, jetzt quatsch doch mal wieder, wir wissen, dass du Traitor bist Ich bin nicht Traitor Okay Ich kann kurz eben was holen Ja, ja, ja Was machst du denn die ganze Zeit im Traitor Raum? Ich bin nicht im Traitor Raum Natürlich bist du im Traitor Raum Ich fange meine Idee erst morgen an Ich mache mir gleich was schön fettiges zu essen als Belohnung Dafür, dass ich hier TTT spiele mit Curry Der Curry ist klein! Oh Gott, scheiße, der Curry hat sich klein gemacht Du siehst den kaum, der Curry ist klein, der ist da drin und der ist klein Du siehst den auch nicht, wie ich bin da Hä, stimmt doch gar nicht! Hallo, jetzt reduziert mich nicht auf meine Größe, ja? Okay, warte, warte, geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, bitte Warte Warte Mann, wieso dauert das so lange? Hä? Er hat gerade eine Granat geworfen nach draußen Ja, ich auch! Hier durchs Fenster Nee, er hat gerade eine geworfen von hier durchs Fenster Ja, ich habe auch eine geworfen So Curry, hier für dich! Boah, der Säck Hier ist draußen Jetzt sind wir da drin Scheiße, ich komme einfach nicht durch die Fenster Ich kann das mit dem Springen leider noch nicht Hallo, du darfst, du musst leicht sein Achso, Entschuldigung Oh Gott, ich sehe das doch, dass du da was geworfen hast, Curry Scheiße Auch so doof zu husten, Scheiße Das war ich gar nicht Oh nein Pahn Nein Darf ich einmal rutschen, Pahn? Ja, rutsch da mal Rutsch da mal Ey, du kleiner, dann läufst du dahinten so klein, du Arsch Pahn? Ja 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 Ja, Curry Darf ich ins Babybad? Ja, du darfst ins Babybad, Curry Nee Bin ich zu klein für das große Bad? Curry? Ja Bist du gerade am Rutschen? Ja Davon sehe ich aber nichts Doch, du siehst mich gleich Warte Können Sie mal bitte rutschen? Warte Ich muss hier gerade noch anstehen, die Rutsche ist rot Curry Man darf jetzt rutschen, wenn grün ist Okay, Curry Ich weiß, du machst deine Schoten Warte, Pahn, ich rutsche doch gleich Jetzt warte doch mal kurz Okay, wo ist er? Wo ist er, der Penner? Wo ist er, der rutscht nämlich gar nicht Wo bist du? Hä? Curry Curry? Was denn? Wo bist du? Biss du? Biss du Wasser? Was denn? Curry, Mann! Ich weiß, wo bist du? Ich war wahnsinnig Oh, Pahn Oh Gott Tadaa Hau ab Geh einfach nur, geh Oh Gott Curry? Ja Ja Was denn? Was denn? Was denn? Du kannst dich fragen und dann kannst du einfach nichts sagen Ich mag seinen Namen zu sagen Pan Pan Was denn Pan? Pan Ja, Curry Was ist los, Curry? Ach, Pan, ey Das Ding ist Ja Ich stecke irgendwie fest Das ist schön Ich glaub, du musst mir mal helfen Pan Was? Was war das? Pan Pan Curry? Lass deine Spielchen sein Ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch kein Traitor Das ist Tobi Er hat seine Leiche gefakt Der fliegt da oben Pan, guck mal da oben im Dach Der fliegt da mit seinem Drachen Mit seinem Drachen Oder mit seinem, weiß ich nicht Scheiße Pan, jetzt mal ganz ehrlich Kann ich Ja Ich mein, wir kennen uns doch beide schon etwas länger jetzt, ne? Verpiss dich Wie in alles in der Welt kannst du annehmen, dass ich Traitor bin? Ich Okay, war ab Das finde ich echt nicht gut, ne? Vor allem Du rennst einfach weg Ohne überhaupt Beweise zu haben Und irgendwann Kommt das alles zurück, weil das Karma ist Pan Und dann guckste Dann ist alles vorbei Und irgendwann ist die Zeit zu Ende Der Mann Scheiße Och Pan ey Du hast alles kaputt gemacht Wär so schön gewesen Juuu Man, ich muss nicht ne Scheißstrecke noch laufen Boah Hier einfach da hinten in der Ecke festgesteckt ist Und kommt da nicht mehr weg, weil's Sehr schön Hat er mal nicht gelogen Du wolltest Pan umlaufen, aber es ging nicht Ja, bei dem Pool da, ja Ich konnte leider nicht so hoch springen Das hätte so schön sein können Sorry, wenn ich Ja, ich muss nochmal ganz kurz erklären Wenn man tot ist, darf man nichts sagen Für die Leute, die es nicht kennen, ne? Nee, ach du Das ist mein erstes Mal TTT überhaupt Das ist ja Ich erklär's aber auch bei den Zuschauern Warum alle die Fresse gehalten haben Manche wissen das vielleicht nicht Wenn man tot ist, darf man nichts sagen Weil man sonst eventuell verrät, wer der Traitor ist Das macht ja Sinn, ne? Genau, genau, genau Und dann kann man halt auch so richtig schön die Psychospielchen spielen Weil ich sag, Tobi ist jetzt Traitor Nee Warum ist er noch preparing? Ich bin innocent Tobi ist es Ich bin auch innocent Ich hab seine Stimmen lange gehört Komm, komm, komm 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 Tobi Stell' ich da drauf Lass' wir die mal machen Was'n das? Stell' ich da drauf So Was machen die? Ne, hau ab Curry komm doch mal Stell' ich da drauf Nein Ich glaub Curry ist Traitor Das ist nämlich das Ding Tobi Ja, warum gehst du denn dann weg? Stell' ich da drauf Der war schon jemand Stell' ich da drauf Alles klar, komm her Hier Ich wage auch nicht, der geht nicht mehr Hey Komm geht es Erich ist es Die Hinterentiger Die Hinterentiger Die Hinterentiger Ist doch das jetzt? Wer, wer ist jetzt? Was? Curry lebst du noch? Nein, ich bin's nicht Ich bin's auf keinen Fall Ich glaub der Erich ist es Ich muss nochmal gucken Ich müsste die Leiche da durchsuchen Komm da nicht hin glaub ich Erich Erich Ah ja, der Erich ist es Hallo Erich Hallo Erich Was? Was ist denn los? Boah, ich bin so schlecht im Traitor sein Ach Quatsch Das kommt noch Das kommt Du wirst du richtig dreckig Und dann gehst du danach erstmal immer baden Der die Tür zumacht Halt doch mal die Tür auf Erich Ich komm ja nicht weg Guck mal aus da Erich Ich bin nicht bekloppt Mach ich schön alle Türen zu Was macht ihr denn gerade? Schönes? Wo bist du Tobi? Ja? Ja? Boah, man, diese Tür ist voll laut Plum, plum, plum Ja, das ist echt Hey Erich Was war das? Lass da mal stehen, Erich Was machen wir hier mal vor? Oh Mist Tobi? Ja? Okay Ich bin doch da Ich versuche ihm grad den Weg abzuschneiden Aber irgendwie ist er glaub ich Er ist mir glaub ich entflossen Believen Mirri Kids Lalalala Lalalalala 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 Was wär denn? Ach Pan, das bist du, alles klar Der ist hier irgendwo, pass auf Nein, nein, das bin ich im Wasser Ja Frage ist jetzt Nicht bei diesen Tonnen hier Scheiße Tja, das ist grad für mich ein bisschen doof Na gut, ok Ich hab da mal grad was geguckt Was denn? Ich kenn mich hier nicht aus, ihr müsst mir helfen Ach komm Alter, das funktioniert nicht mehr, vergiss es Was denn? Ich kenn mich wirklich nicht aus Ich kenn die Map überhaupt nicht Ich weiß nicht mehr wo ich bin Ich will hier weg Oh, ich sollte hier sowieso mal raus Aus Gründen Ich bin froh, dass du manche Sachen noch nicht weißt Guck schmuck um die Ecke Ah Tobi? Ich lebe, ich lebe, ich lebe Ich hab ihn glaub ich gleich Der kann nix, der ist neu Oh Oh, was war das? Was ist das hier? Das ist so komisch So, ich bin gleich hoffentlich mal Ich komm hier nicht mehr raus Nein! Das gibt's nicht Was ist denn da los für euch? Ich hab nur 3 HP Nein! Oh Oh Tja, das äh Das ist ja Wie ist das denn da passiert? Huch Ich hab keine Ahnung wie das passieren könnte Alter, ich bin so nervös Ich hab Bin so am abkacken hier Sollen wir paaren? Ja? Ich bin so nischig Das ist ja Das ist richtig ich bin so Er ist das Ich bin so Ja Ich bin so Wieso bist du so ruhig, Brian? Wo bist du denn? Der Trade hat mich erschossen. Dieser Curry. Moment mal. Was mach ich denn hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Steuerhund dabei drücken. Hm? Das ist aber jetzt der Scheiße, Leiner! Ah. Ah. Danke, Stimme aus dem Jenseits. Oh, ich hab's wehen, Leiner. Hahahaha. 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 Okay, das klappt aber nicht so gut. Boah, da ist doch Scheiße. Als ich gerade im Wasser war und nicht mehr rauskam, ne, wärst du in diesem Tracker-Ding gewesen, du kannst, ich sag das mal, ähm, nämlich vom Pool dieses Ding, dieses Ding, quasi die Schottenricht machen. Das wär, und ich kam da nicht mehr raus und dachte, hoffentlich findet der den Knopf nicht. Hoffentlich findet der nicht. Ich wusste nicht genau, was der Knopf macht, ich wollte den jetzt nicht drücken, einfach so. Ach so? Als ob du nicht einfach mal einen Knopf drückst, wenn du nicht weißt, was der macht. Nee. Ich kenn dich doch. Nicht, wenn draußen Leute rumlaufen, die nicht wissen, wo ich vielleicht bin. Du drückst jeden Tag immer Knöpfe. Ja, ja, aber nur deine. Oh, wie schwierig. Leute, wo bist du denn jetzt? Das weiß ich selber nicht. Ich kenn die Maps doch alle nicht. Gib mir doch mal einen Hinweis. Oh, ich wollte dich gerade mit der Babykanone umbringen. Gib mir doch mal einen Hinweis. Ich hab noch 12 HP. Oh Mann, oh. Ja, ich weiß. Ich hab den Namen auch sehr gut gesehen. Aber das Shootout mit Tobi war super. Das war mega cool. Ich weiß nicht, warum du mich nie getroffen hast. Was war da los, Tobi? Hab ich dich nicht getroffen? Ne, zwei Mal oder so. Aber du hast ja zehnmal geschossen. Ja, ich hatte die Desert Eagle. Das ist somit die komplizierteste Waffe. Ah, okay. Weil die halt so eine komische Schussrange hatten. Ey, sollst du mir einen Shotgun? Weißt du, wartet er schön ab, bis ich die Tür zumache, Alter. Zack. Hä? Warum komm ich hier nicht mehr rein? Ja, aber da hab ich auch schlecht gemacht. Pandoria slidet bei mir übrigens durch die Gegend. Ach, die sind auch noch Waffe. Ja, ja, das passiert manchmal irgendwie. Pandoria. Du hast mich ja noch nie so genannt. Das ist ja komisch. Aber Pandoria. Was ist denn hier los? Was war da? Ich werd schon wieder innocent, Alter. Was ist das? Ach Tobi, komm. Ja, Tobi. Das war jetzt aber ein bisschen. Ach, körig. Ach, körig. Genau. Könntest du uns aufteilen? Tobi, soll ich dir mal einen Mülleimer schenken? Hier, guck mal. Schenken. 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 Alter Pan. Du musst doch bald Weihnachten. Ja. Ich möchte nur ganz kurz hinweisen. Irgendwann, wenn ich Pan erschieße, obwohl ich innocent bin. Vielleicht diese Runde. Hey. Wenn das weiter so geht. Wo ist der? Da. Ich trau dir nicht. Alter. Hätt ihr mal was dagegen, wenn ich Pan erschieße? Einfach aus Prinzip? Das musst du entscheiden. Ich hab da nichts mit zu tun. Alter, wer war das? Wer war das? So hier, geschlossene Gesellschaft. War das Tobi? Nein, ist keine... Doch. Doch. Ich war doch mal. So, ich hab vorgewarnt. Ich hab vorgewarnt. Erik hat dich gekillt? Ja, das war aber berechtigt. Ey Tobi. Die sprüht... Die sprüht über ihren Scheiß hin. Wir müssen mal kurz reden. Der Erik hat die Pan gerade getötet? Ja, aber das hab ich angekündigt. Ich habe es angekündigt, weil die Pan hier über diesen Scheiß hin sprüht. Dann kann eigentlich nur Curry, äh, Traitor sein. So. Weil ich wütze mich nicht. Und der Erik hat ja gesagt, er ist interessant, ne? Ich möchte ganz kurz nur... Ach so Tobi. Ey Tobi. Ich möchte ganz kurz nur erwähnen, dass ich das schlechte Karma in Kauf genommen habe. Siehst du? Das wird er nicht sagen... Alter, er hat Karma gesagt, ne? Das wird er nie sagen, wenn er Traitor ist. Junge Tobi, du brauchst gar nicht so anfangen. Du bist Traitor, du Drecksau. Ich bin innocent. Ich kann gar nicht Traitor sein. Ich bin 100% innocent. 100%! Ich hab keine Ahnung. Ich hab Schiss. Weißt du? Und er killt einen und du beschuldigst mich? Ich hab's aber angekündigt. Wollte ich gerade sagen, er hat's angekündigt. Ja toll! Dann kündige ich das nächste Mal an. Ich kenne Tobi. Wer war das? Und dann ist es vorbei. Der König war und töte mich. Komm. Was ist passiert? Traitor Sau. Was ist passiert? Okay. Hat jemand auf dich geschossen? Nee, noch nicht. Aber ich... Ich glaube, dass Tobi... Alter! Tobi schießt auf mich. Tobi schießt auf mich. Du hast gerade voll auf mich geschossen. Meinst du, ich hab das nicht gehört? Ich hab ne Schrote. Das war ne Granate, die da gerade explodiert ist, Mann. Was weiß denn ich? Das hat sich genauso angehört. Hat er geschossen oder nicht? Ich muss davon hundertprozentig ausgehen können. Wo ist der Curry denn überhaupt? Was willst du denn von mir? Wo ist der Curry? Es geht gerade um dich. Du bist gerade im Bilde. Hier, ich bin hier. Hier bin ich. Hallo. Was willst du jetzt? Du bist auf dem Weg zu dem Knopf da oben, ne? Du kleiner Drecksack. Was für ein Knopf? Da oben ist gar kein Knopf, Tobi. Curry. Okay, Curry, ich bin mal bei dir. Ich hoffe, das ist okay. Ja, geh mal zu Curry. Ich geh dann mal weg. Tobi, du willst mich echt verarschen, ne? Ich geh dann mal weg. Warte. Ey, wir müssen den töten. So. Dann ist er erst gleich töten. Ich traue ihn nicht. Okay, ich bin ins Wasser gefallen. Du brauchst gar nicht so auf uns zielen. Tobi. Ich seh das, ich seh das. Mit der Schrote, Alter. Ist das ja bescheuert, oder? Ja, was weiß ich nicht? Ich hab das Schrote. Guck mal. Aber der schießt schon wieder. Ja, klar, wir können zeigen, dass der Schrote hat. Hier, guck mal, Tobi. Hier, das kannste. Das heil ich von dir. Da. Ja, er schmeißt wieder Granaten. Alles klar. Guck, siehst du, Erik? Das war er nämlich vorhin auch. Ich furze auf dich, Tobi. Das war er nämlich vorhin auch. 100 pro. Oh, oh. Ich bin mal Tobi. Ich bin mal Tobi. Ganz kurz. Fuck. Ich geh weg. Ich geh weg. Oh, bist du mal in der Dusche? Ja, ich hänge in der Männerdusche fest. Okay, ich lebe noch. Also jetzt bin ich verunsichert. Und Curry zieht. Ich bin mega verunsichert. Nee, Curry ist auch Sniper deshalb, ne? Das wäre ich vorsichtig bei dem. Ich bin mega verunsichert. Junge, hier, nimm meine scheiß Sniper hier. Ja, alles klar, Curry. Danke. Ja. Als ob ich die jetzt nehmen, weißt du. Hast du die nicht genommen? Ja gut, dann nehme ich die wieder. Dieses Sniper wird uns gleich töten, Erik. Das weißt du hoffentlich. Ja, ja. Ich verstecke euch grad nicht. Werde ja sehen. Ich mach grad von den Flo einfach. Tobi, du weißt aber schon, wenn ich jetzt einmal rutsche, ist deine ganze Scheiße, die du grad laberst, ist einfach mit einer Rutschpartie widerlegt. Weißt du, Tobi, ne? Du weißt, dass du grad auf ganz dünnem Eis stehst, Tobi. Warum? Warum, wenn du rutschst? Was ist denn, wenn du rutschst? Ja, dann wird bewiesen, dass ich nicht Trailer bin, weil es dann grün aufleuchtet. Wo rutscht das grün auf? Und genau das mach ich jetzt, Tobi. Denn dann bist du am Arsch. Ich weiß nicht, wo man grün aufleuchtet. Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Wo ist das? Nee, das reicht schon, wenn du das hörst, Tobi. Du bist am Arsch, Tobi. Ja, drück jetzt erstmal das Knöpfchen gleich. Pass auf. Du bist am Arsch. Hier, zack. Hör genau hin, Erik, guck. Pass auf. Da. Ding. Grün. Oben, kannst du sehen. Hä? So. Was ist jetzt, Tobi, hm? Ja, dann töte ich jetzt den Erik. Geh mal hier hoch. Tobi, du bist, du bist ganz am Arsch, Tobi. Du musst hier einmal die Treppe hochlaufen. Töte mich, Curry, komm. Wenn du dir sicher bist, Curry, da musst du rutschen. Ja, ja, da musst du rutschen. Okay. Ich bin mir sowas von sicher, dass du das bist, Tobi. Ja, ja, ja. Der Erik geht jetzt rutschen und dann ist es vorbei, Tobi. Ich würd mal richtig Hinde machen jetzt, ne? Ja, mach, mach. Du musst ihn auf jeden Fall aufhalten jetzt, Tobi, ne? Wo ist denn der Tobi? Hey, warum rutschst du nicht? Warum rutschst du nicht, Erik? Ich trau dem Tobi nicht. Der schießt mir jetzt auf Rutsche oder so. Ja, ne, ne, ne. Hier unten, mein Freund. Warte mal, was ist denn jetzt los? Er ist Traitor. Ich sag's dir doch, Curry. Ich bin doch kein fucking Traitor, Mann. Ich trau euch beiden aber nicht. Gerade, gerade beschuldigst du mich, Tobi. Und jetzt auf einmal ist es Erik. Ja, du wolltest mich doch töten. Guck mal, Erik, rutsch dich. Siehst du das? Ja, natürlich nicht. Ich warte auf dich, Tobi. Wenn du nach oben kommst, rutsch dich. Aber ich trau dir kein Meter. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Ich komm nach oben und ich wette mit dir, Curry, ich bin gleich tot. Ja, werden wir ja sehen. Einer von euch ist es auf jeden Fall. Ich hab ne reine Haut. Eine reine Haut. Ich hab ne reine Haut. Ich hab ne reine Haut. Sobald der Erik mich getötet hat, weißt du? Okay. Das mach ich jetzt die ganze Zeit. Komm Erik, töte mich. Muss ich links oder rechts? Ich kenn das nicht. Keine Ahnung. Du hast so ein tausend Mal gespielt, Alter. Willst du mich verarschen? Ich rutsch und du erschienst mich von hinten. Ich muss jetzt entscheiden. Ich muss jetzt entscheiden. Rutsch doch mal. Okay, komm, ich geh. Das war ich nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Tobi muss es sein. Tobi muss es sein. Auf jeden Fall. Tobi muss es sein. Tobi muss es sein. Ich braue dir einfach null. Welche Seite muss ich rutschen? Ist es egal? Ich hab keine Ahnung. Das ist egal, Tobi. So. Ehhh. 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 Du kleine Schein. Du bist ein Wichser. Wann hier los? Das war ich nicht. Sieht man mich jetzt hier? Alter. Ich hab's angekündigt. Das blöde ist, ich muss jetzt unten ins Pissbecken. Ich hab auch Tobi gefasst. Ja komm, der Tobi hat dich die ganze Zeit schon genervt, Curry. Da hab ich den Gefallen getan. Das blöde ist, wenn ich jetzt, sobald ich hier unten rauskomme, bin ich natürlich tot. Hä, was passiert hier? Hä, was denn das jetzt? Hä, was denn das jetzt? Was denn? Wieso wurde da grad Gronkh angezeigt? Ja komm mal her, ich hab Zeit. Du kannst mich jetzt schön suchen, mein Freund. Wie, ich soll dich suchen? Ja, such mich, komm. Du bist doch Traitor. Du willst doch alle töten. Ja, warum soll ich dich denn suchen? Macht doch Spaß, ne? Macht doch Spaß, mach das, ne? Einige Freunde zu töten. Das macht mir gar keinen Spaß, ich hasse töten. Töten geht mir wieder die Natur, Curry. Ich tu's für meine Familie. Ich weiß genau, wo du bist, ne? Das ist dir schon klar. Ja, natürlich weiß ich, dass du weißt, wo ich bin. Ah. Denn niemand kennt diese Maps so gut wie du, Curry. Niemand. Niemand kennt sie so gut wie du, Curry. Tobi, sorry. Okay, scheiß drauf, ich komm jetzt. Das ist für Tobi. Ich lad noch mal nach. Doppelmuni. Schrot. Mitten im Kopf rein. Digger. Digger. Okay. Oh, alle waren gut kassiert, ne? Nein! Nein! Yeah! Yeah! Bam! Curry, was los? Ich hab dir kein Wort geglaubt. Von wegen, ich hab's angekündigt, dass er gefunden ist, fressen für dich, ey! Ja, angekündigt, das ist die erste Rolle, du Assi, echt! Oh, das wird auch viel schlimmer werden, ey! Voll der Drecksack, ne? Das ist erst der Anfang, das ist die erste Aufnahme! Er hat selbst den Curry, der immer so misstrauisch ist, er hat selbst den Curry reingelegt und den Verdacht auf Tobi gelenkt, ey! Ich werde, ich will wieder Dead by Daylight spielen, Alter! Ich lass mich nie mal von dieser Scheiß-Mutter-Siege... Ey, was wir jetzt machen, Leute? Ey, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir töten Erik in der Runde! Wir kündigen jetzt an, dass wir den Erik töten und wir sind's alle nicht! Juuu! Okay, lass Erik töten! Was ist denn jetzt los? Ich bin innocent! Ich kündige... Ich bin auch innocent! Was ist hier los? Ich hab angekündigt, ich bin's nicht! Curry? Nein! 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 Ich hab doch angekündigt! Ja, ich hab doch angekündigt! Nein! 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 Nein!